Der Junge riecht mich echt auf zur Zeit. Das ist sowas von unnormal. Was will denn der die ganze Zeit? Ach der hat, ist in sein Zimmer übel zur Spittel, weil er immer alles rumschmeißt. Ich hab fünfmal zum gesagt, dass er erfreuen. Ist ja auch schon eine kleine Büroklammer reingetreten. Und es tut weh. So will ich auch nicht helfen lassen. Weder kalter Lappen noch ein kaltes Ding. Und ich sitz jetzt in sein Zimmer, hälsch sein Fuß und auu, auu. Meine Güte, ey. Das ist ein richtiges Weicheis, das geworden, ehrlich. Nervöser, was der da hin mit dem macht. Der war doch jetzt seit drei Wochen gestorrt. Das ist einfach nur... ...mädchenhaft. Da wurde halt weichlicht bisher immer von allen. Und das zeigt sich halt jetzt. Milan, ruhe jetzt, wenn du dir nicht helfen lässt. Jesus Christ, man. Haha. Haha. Backpack here. Level two. ... 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 Das ist schon so schön. Da ist die Tür kaputt. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich komme. Ah, die sind oben. Wir sind schnell oben. Bist du oben? Nein. Oh fucking Christ, there is one guy on top of you. Okay, where are you? He is coming. Ja, he is here. Fast fire. Ja, ja, ja. Wackier, hallo. Hupain, hupain, hupain. Hupain, hupain. Hupain, hupain. Nice, sehr schön. Hupain, hupain, hupain. Hupain, hupain. Hupain, hupain. Bro, wo bist du? Oh, ja. Hupain, hupain. Hupain, hupain. Hilfe mir! F***. Ja, ich habe dich hier, bro. Da, komm her. Ich werde mal ... Ich meine, die wurden schlecht. die standen hier oben zu zweit, haben es nicht geschlissen, wenn ich zu treppen da bin ich über die Valkyrie, bin ich rum hinter die, die hat stunden gebraucht, nicht umzutrennt dadurch habe ich die gemacht und naja, Benji hat mich dann gemacht das Kaffler geht auf der Brücke ich brauche gleich die Muni, alter, ich kann aber nix mehr einpacken ich habe so viele Zeug in der Luft gebraucht und da irgendwie ist die Worte, aber was, ich habe 300 ja, ich weiß, ob ich glaube, kann warte mal, da tue ich ein bisschen Sniper-Muni weg ich habe mich jetzt mal kurz hier, jetzt haut es rein und rede mal kurz mit denen, dass der mal aufhört mhm Rund two, beginning ring countdown Eyes up! Crafting! We're already inside. Crafting, give me a sec. Okay, run its way down. Let's go! Crafting, move on. Now you want to get anything. Where is the one? I can't get anything. What's the one? Go with the view. I want to go again. noch mal ja dann spring nicht äh warte 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 ja schon vollstaun ich muss übelts schiffen aber wüsste ich jetzt dass ich nicht mehr schnell gehen kann geht doch na komm jetzt übertreibt nicht so schlimm ist es gar nicht bis gerade bisher gelaufen ja wenn ich von unten schiffen aus und da muss ich springen mhm echt volle Video wo mein Kettor ja oh 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 wo sind die nicht? weiß ich nicht die haben mich beschossen wo ich gecraftet habe ich habe es gecraftet ich sehe sie nicht ich sehe da hinten irgendwas ist close irgendwas ist close 105er Headshot auf dem Fuss wo sind die wo sind die ich sehe da hinten dass ich kurz ein is in in im in im 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 Da kommt das nächste Team, lass dich halten, lass dich halten. Ja ja. Und schweigen, nötig. 112 auf den Noctan. Schädig mal Noctan. Ja die schleppen ja halt die ganze Zeit rum. Schätzen. 112. Schätzt. 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 Ich hab die gerade alle weggeballert von dieser Unfall. Von links sitzt auch noch, pass auf. Schätzt. Schätzt. Du hast hier schälen. Ich bin irre Kraber, noch ein Squad hier Wer ist Kraber? In der Richtung, auch gut, pass auf! In der Richtung kam Kraber Ich glaube ich werde einfach jetzt helfen Naja, die Saitline aufpassen In der Richtung, fliegen wir da nicht gegen da runter Ich werde das nicht ganz so mitpacken Wo gehen wir da hin? Das war in irgendein Haus, was gut bespiegbar ist Wir bleiben hier 40 nochmal 1100 Damage Hast du 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 F*** me, mate. Just wait. Just wait. Yeah, yeah, yeah. They have a big cable. We must come to... He took the cable and he stopped. Sssst. Want you to go fly? One is... ...ultra-stuck. Pretty good. Yeah, yeah. I can't do anything. I can't do anything. I can't do anything. I'm going to run a bit. Yeah. Here is mine. Sostry. They die. I'm falling. They're not behind us. Yeah. They're fighting over there. Yeah. Cracked? Uh-huh. I don't see the low. Yeah, here, here. We're in there. Grenade, Grenade. Ja, als ob nicht einen Schlitz reinbringen. Hast du noch Schildzellen? Wie viele Schildzellen hast du? Nein, gar nicht mehr. Hast du noch Schildzellen? Ja, einen hab ich noch. Ne, lass. Oh. Unter der Brücke ist Zohn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich kann ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. Ja, ich kann ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. Fuck, wir wollen vielleicht schon so Zeit durch. Alles gut, dass wir uns noch nicht abkommen. Mein hier! Crack, crack, crack. Please crack. Ja. still 3 squads i dont have 9 Lass mir noch unter der Brücke durch. Nein. Ich habe keine Hebe. Ich habe keine Hebe. Ich habe keine Hebe. 1 crack 1 crack 1 shot oh he is 1 shot nice Ich weiß nicht mehr Ich gg Ich habe keine Hebeam, aber ich habe keine Buche. Ja, gg's man.